Ja moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite Video von mir und in diesem Video soll es mal um das neue Lava Legends Paket gehen, was wir ja schon seit längerem geleakt haben und wir wussten ja, dass es kommen wird. Aber wir haben jetzt richtig geile Neuigkeiten dazu. Wir haben einige Leaks gefunden, denn heute kam ja das neue Update und in denen haben wir so einige Files gefunden und einige Skins, die ich euch in diesem Video zeigen werde. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. Ansonsten würde ich sagen, lasst auf jeden Fall eine positive Wertung da. Abonnieren natürlich nicht vergessen und natürlich meinen Creator Code im Gegensatzjob angeben, METE-8, damit ich mir bald auch ein AMG kaufen kann, genau wie Erdo, also Frips. Dann würde ich jetzt auch mal sagen, schauen wir mal direkt rein ins Video. Viel Spaß! Ja, wie ihr eben schon gehört habt, geht es in diesem Video mal um das neue Lava Legends Paket in Fortnite. Das Lava Legends Paket wurde schon seit ein paar Tagen oder seit einer Woche oder so gefunden, nur wir hatten keine Skins und so weiter. Aber tatsächlich haben wir jetzt Skins bekommen, denn das neue Update kam ja heute raus in Fortnite und somit haben wir auch einige Skins, eine Rückenaccessoires und sogar einen Hängegleiter gefunden und um die soll es in diesem Video gehen. Ich würde sagen, wir fangen mal direkt klein an und zu den Skins arbeiten wir uns langsam voran, denn wir fangen mal mit einem Rückenaccessoire an. Das Ganze nennt sich auf Englisch Molten Crested Cape, also ist ein Cape auf jeden Fall fürs Rücken, äh für den Rücken. Und ja, ich blöde euch das natürlich im Hintergrund ein, könnt ihr euch parallel angucken. Finde ich sehr entspannt, ist oben noch mit dem Fell, dann so rote Akzente halt natürlich Lava, ne, also es muss ja brennen. Und finde ich sehr cool, finde ich sehr interessant, gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, wir gucken direkt weiter, denn wir haben noch richtig interessante Sachen. Molten Valkyrie Wings, also diese Valkyrie Flügel, haben wir nochmal in der Lava Variante bekommen. Ich glaube, die hatten wir auch schon in der normalen Variante und das Ganze haben wir jetzt nochmal in der Lava Variante. Finde ich absolut geil, richtig, richtig heftig. Also feiere ich absolut, ich finde diese Flügel allgemein, egal welche es sind, ob es die Frozen Flügel sind oder so, keine Ahnung, von dem Love Ranger. Ich finde alle geil und ich finde, die kann man auch mal sehr gut kombinieren mit anderen Skins. Also seid auf jeden Fall gespannt, wenn diese Skins rauskommen, kommen einige geile Kombos wieder in Fortnite mit den Skins. Wir gucken direkt weiter, denn wir haben noch einen Hängegleiter bekommen, Lava Wing. Das ist ein Drache, der hier so fliegt, also mit den Flügeln, mit Lava und so, sieht übelst krank aus. Gefällt mir auch richtig gut, also Epic Games haut in letzter Zeit wieder so einen richtig kranken Scheiß raus. Eure Meinung mal dazu in die Kommentare, werdet ihr euch das Ding kaufen oder nicht? Bin mega gespannt. Ansonsten Leute, zu diesem Paket wird auch nochmal ein Gewinnspiel kommen. Das andere Lagunen-Paket wird ja jetzt aufgelöst. Ich denke, entweder mache ich das heute oder morgen. Drei Leute hatten ja die Chance, das Ganze zu gewinnen. Und das werde ich auf jeden Fall auch auf jeden Fall auslosen. Und zu diesem Lava Wing gibt es wahrscheinlich auch nochmal ein Gewinnspiel. Wir gucken aber direkt weiter, denn jetzt kommen wir zu den Hauptdingern in diesem neuen Update oder in diesem Video auch. Und zwar die Walküre in der geschmolzenen Variante. Zumindest heißt der Skin so. Und das Ganze ist natürlich in der Lava-Variante. Sie sieht übelst heftig aus und übelst krank aus. Gefällt mir absolut heftig. Also richtig, richtig geil, Leute. Eure Meinung machen gerne in die Kommentare. Aber, Digga, das wird sich definitiv gegönnt, das Set. Aber, Leute, das ist gar nicht das Beste. Denn, oh mein Gott, das ist der beste Skin ever. Ihr wisst, welcher Skin das ist. Es ist der Battlehound. Und den gibt es nochmal in der Lava-Variante. Der wird in der Lava-Variante kommen mit dem Lava-Legends-Packet. Und, Leute, Digga, ich bin übelst, 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 ich bin übelst gespannt, wie das Ding sein wird. Ich bin richtig gehypt. Diesen Skin werde ich mir auf jeden Fall gönnen mit dem Set. Also, Leute, definitiv einschalten, wenn das soweit ist. Das Ganze soll am 29. März rauskommen. Also jetzt in zwei Tagen soll das Ganze erscheinen in Fortnite. Ob das wirklich stimmt, kann ich euch nicht garantieren. Aber ich denke einfach mal, das wird schon so stimmen, wenn die das sagen. Die Laker, denn die haben auch einige Sachen in den Gamefiles gefunden. Und ob das genaues Datum steht oder nicht, wissen wir nicht. Aber wir können davon ausgehen, dass es am 29. kommen wird. Der 29. ist ein Samstag. Und am Samstag kommen meist einige neue Pakete ins Spiel. Leute, eure Meinung in die Kommentare. Wolltet ihr euch das holen, ja oder nein? Einfach nur ein Ja oder Nein in die Kommentare schreiben. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.